Präsentive 0, in dem Sinne Präsentive 0, was heißt ja, Musik ausschalten. Nicht das, was man noch passiert hätte, aber ich hätte so viel Glück, aber man weiß das nicht, dass bei Spielen die Musik urabrecht geschützt ist. Und dann gab man das Scheiße schon von voraus, außen weg. Was ist dein Motor oder was, die so viel Lärm macht? Heim die da wie Budo oder was? Ja, das hört man auch. Aber das ist so laut, wie du bist, wie so ein Fenster anhörert. Ja, das ist ja die scheiß Lippe, die sich ja zwei, drei Wochen wehtun heim. Damm der Scheiße, heim. Was ist die scheiß Musik? Audio. Äh, das ist ja die scheiß Lippe, die sich ja zwei, drei Wochen wehtun heim. Heimkino. Was ist Mitternacht? Der TV. Was? Subwerfer. Keine Ahnung. Musik, eine Runde. Auch wenn Scheiße ist. Aber was weiß ich, wie das spürt. Bombe stoßen. Beide. 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 Das war's. Ja, ich spiel's auf normal. Hm, ja, nur 14.09 ohne Breitbild. Ne, ich wähle original. Breitbild ist mir so... Mir schaut's jetzt zu blöd und das Bild ist mir schnuppert. Das ist mir... Das ist mir zu blöd und ein Scheiß-Beig. Ja, zipp. Ja, ich dachte, das ist ein bisschen scheiße. Da läuft und da läuft und da zipp, zipp macht und da zipp. Ja, da läuft ja auch da. Was ist das? Was ist das? Ist das? Doch es ist glaubt, dass die Internationale Enterprise-Umbrella irgendwie involviert. Nichts ist bekannt für die Arten von dieser Faseless Corporation. Wann war es? 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 Und wie war das T-Virus? Wann war es? 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 kein incident... Hmm... Do you think so too? Yeah... Oh, 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 oh. It began as a simple investigation of some bizarre murders in the suburbs of Raccoon City. Nothing in our training could ever have prepared us for the nightmare that ensued. We never stood a chance. What's going on? Engine failure. Emergency landing. Check the car position and investigate the surrounding area. Captain, look! Captain! Hmm? What happened? Court order for transportation. Prisoner Billy Cohen, ex-lieutenant, 26 years old. Court marshaled and sentenced to death July 22nd. Prisoners to be transferred to the Regathon base for execution. Those poor soldiers. They were good men just doing the jobs. And that scum murdered them and escaped it. Alright, everyone. Let's separate and survey the area. Our friend is brutal and ruthless. Keep your guard up. A train. A train. It's resting the current place. Paperett. There were many ships on the roadway in the bridge. In the army is brought in, and they were lifted away. There were probably some of theufen border for passengers. Das ist nicht aus der Ego-Shooter. So. So. Ich hab die Ego mal hin nach hinten dackeln. Toll. Das ist der Ego Chambers vom Stars Bravo. Willst du dich identifizieren? Ist jemand da? Was ist das? Ich soll schießen. Pferd oder so was schießen? Ach so, okay, okay. So was nachladen. Ah, vier, äh, so, sieben bis drei, sieben ist das. Was ist das für ein Scheiß? Ohne Energie und ohne, das wird so scheiße, da will ich nicht, ey. Ich kann, ich kann nicht mehr so. Neu. Ich kann nicht mehr so. Ey, tausend Tiere. Ey, das hast du auch kein Verzählen, ey. Ich kann es erst mal speichern. Hm. Pflanz. Stecken wir es mal rein. Pflanz. 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 Können wir nicht für einen Menschen auf? Pflanz. R signific Hmm. Billy, Lieutenant Cullen. So, you seem to know me. Been fantasizing about me, haven't you? I was being transferred for execution. You were with those soldiers outside. Oh, I see. You're with stars. Well, no offense, honey, but your kind doesn't seem to want me around, so I'm afraid our little chat time is over. Wait! You're under arrest! No thanks, Dollface. I've already worn handcuffs. I could shoot you, you know. Uh-huh. Edward! Are you alright? What happened? Worse than... a kid. You must be careful, Rebecca. The forest is full of zombies and monsters. Zombies and monsters? Oh, I know. Ah-ah! Und dann lass mich doch los. Warte, ich will ihn doch entladen. Was ist das? Das war's. Eiiiieiiei Ok ok das was dann erst mal mit dem video